Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 206. Folge des Gothic 3 Let's Plays und letzte Folge ja endlich hier unten am dritten Ahnengrad angekommen sind und schauen wollen, ob wir hier vielleicht jetzt den Schlüssel auch noch für das, den Ahnenstein hierfür kriegen und dann noch das Org-Camp auslöschen, aber erstmal gehen wir jetzt hier mit ihm reden, habe ich gesagt und gucken mal, was er so erzählt, Osmund Brauchst du Hilfe? Ja, zu zweit könnten wir versuchen, uns bis zum Schamanen durchzuschlagen Dann töten wir ihn und nehmen den Ahnenstein Aber überleg dir das gut, das wird eine heiße Nummer Nee, ich mach das allein Zeig mir deine Ware Gut, also, er sagt einfach nur, wir sollen zum Schamanen gehen und uns da durchschlagen Dachte ich mir schon fast, dass jetzt hier nicht... Ich muss mein Mauspad korrigieren Dass jetzt hier nicht großartig irgendwas passiert So, sorry, aber für das wirre Mausgedingse Irgendwie, da hab ich was drunter Weiß auch nicht, meine Maus fühlt sich komisch an Ähm Das ist jetzt einfach nur, huh Darauf hinaus, dass er jetzt hier nichts besonderes kommt, das war mir schon irgendwie klar Von daher war ich da jetzt auch kein Drama draus Wichtig ist für mich, dass ich noch den anderen Ahnenstein irgendwann finde Also, es ist tatsächlich überhaupt nicht Story relevant Das einziges, wofür es relevant ist Ist Ähm Dass ich Äh Die Quest abschließen kann Der Rest ist eigentlich vollkommen Wumpe Ach ja Irgendwie noch nicht ganz drinnen heute Ja, ich weiß, ich rege gerade alles mit Linksklick Bin aber auch mit meiner Kameraposition mehr als unzufrieden Jetzt sieht sie schon richtiger aus So Wie zu erwarten Alles nichts besonderes Wir looten wie immer einmal alles Ähm Und ja, wie gesagt, ich hoffe ja, dass ich den Den anderen Runenstein Hier irgendwo in der Nähe kriege Ähm Dass wir vielleicht bei den Wenn wir Glück haben, kriegen wir bei den Orks Beide Wenn wir Pech haben, müssen wir noch Für die andere Ahnen Für das andere Ahnen Grab Noch das passende Ork Camp Dazu finden Was dafür sorgen könnte Dass ich tatsächlich noch ein bisschen länger damit beschäftigt bin Ich hoffe nicht Aber ich vermute So, das haben wir alles Gehen wir in die nächste Kammer Wie sie sehen, sehen sie Party Bis jetzt Wenig Bogenschützen Aber es sind welche dabei Und die müssen leider zuerst So, ein Bogenschütze fehlt noch Oder sogar zwei Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher Oh, das ist gerade so eine gute Pusse Die muss ich nutzen Oh, da Oh Oh Oh, da Jetzt wäre ich erst zum Bogenschützen gerannt Aber Ey, ganz ehrlich Ihr könnt hier gerade so viel Schaden gleichzeitig machen Das musste ich mal mitnehmen So Jetzt noch die drei Und dann sind wir hier auch schon Quasi fertig Kommt, töten wir noch die ganzen Fleischwanzen Bevor die ich mal wieder Ich verwirrt bin Ob ich sie denn jetzt Alle getötet habe So habe ich alle Sieht so aus Ich höre zwar noch welche Ah, da hinten Komm her So Dann looten wir mal zuerst hier Ihn Habe ich schon Er hat nichts Okay Dann gucken wir mal in die Kiste Dann räumen wir den Haufen da hinten auf Äh Ein Hornbogen Amulett Oh Okay Nichts Relevantes Ja Einmal den schönen Haufen hier leer looten Kann sich nur um Stunden handeln Wo ist eigentlich Die Das Ahnengrab Wo der Sockelstein rein muss Müsste hier ja auch irgendwo noch sein Haben wir es bald Sehr schön Hier noch ein Pfeil Das ist das Das ist es So dann einmal eine Fackel Damit ich hier kurz gucken kann Was haben wir dort Und Hohne eines Bisons Hohne beschwören Und Nochmal Schnaps Also nichts besonderes Und wenn ich jetzt da drauf drücke Wird er wahrscheinlich sagen Hm Der Sockel sieht aus Als wenn man etwas hineinstecken kann Ja Dass er nichts hat zum reinstecken So wie ich es mir dachte Gut auf geht's Orgcamp auslöschen Ich gehe auch bei dem Orgcamp Wieder davon aus Dass das jetzt Nichts Weltuntergangsmäßig Besonderes wird Sondern Vielleicht waren es okay Und wie gesagt Ihn hier zur Hilfe Würde ich jetzt nicht mitnehmen Wenn es außerdem passiert Okay Aber Ich brauche ihn jetzt nicht unbedingt So einmal speichern noch Und dann rein da So Jungs Wie sieht's aus Ich werde dich töten Wir müssen nur gucken Wo der Schamane ist Dass wir den notfalls Priorisiert wegklatschen Das Spiel ruckelt sich dann ab Na gut bei der Menge an Einheiten Möchte ich bei so einem alten Spiel Mal nicht negativ anlassen Da hinten ist einer Der weg muss Die werden uns jetzt auch Zuerst mal fix holen Okay Einmal kurz hochheilen Müssten an die Ranges fix ran Das ist jetzt auch mein Primärstes Ziel Die hier Perfekt So du Jetzt Dich So jetzt sehe ich hier leider Kein Range mehr Alle Orks sind einfach so Nichts nütze Denkt mal Das sind Kampfmaschinen Die können nichts Das einzigste was Die können Ist Tide sein Darin sind sie gut Alles den Haufen Die wir gemacht haben Ich weiß Der Erfolg Das Orklageauslöschen Der ist wieder Am Weglaufen Die Anführer Stopp Den wollte ich noch So Ja Und dann haben wir es Und jetzt Das wichtigste ist Der Schamane Der hier Und der hat Den Arnenstein von Angier Perfekt So Das heißt uns fehlt Immer noch der andere Arnenstein Ach ich dachte mir schon Dass der hier nicht ist Muss ich vielleicht Echter noch Danach googeln Dass ich den finde Den letzten Arnenstein Ist halt ein bisschen Traurig Dass ich den nicht Gefunden habe Bis jetzt Gut Erstmal Looten wir hier Fertig Es dauert ja eh Noch so seine Zeit Ihr kennt das Spielchen Ja Auch mag ich nicht Rechtslich looten So Alles schneller Weil hier noch Waffen mit rumliegen Deswegen habe ich das Nicht gemacht Wenn man Waffen Übrigens auch Per Rechtslich Looten könnte Dann wäre So vieles So unglaublich Viel schneller Weil ich dann einfach Wirklich mich in die Menschenmasse stelle In die Gegnermasse Und einfach so lange Rechtslich spambe Bis nichts mehr macht So muss ich immer gucken Dass ich Die Waffen Mit Linksklick Loote Und die Gegner Mit Rechtsklick Was halt dafür sorgt Dass es Manchmal etwas länger Dauert So Der noch Haben wir dich schon Ne Aber ganz ehrlich Sieht doch gut So Dann gucken wir noch Ob wir hier ein paar Kisten haben Zum Looten Wo vielleicht Der letzte Ahnenstein Drinnen versteckt Sein könnte Aber das sieht mir Nicht danach aus Ich sehe keine Lootbare Kiste Gut gut Das ist Das ist einerseits erfreulich Andererseits Traurig Aber wir können Mal einmal etwas machen Und zwar Ich habe ja jetzt Den Ahnenstein Ähm Wie ich noch nicht mal Mein Inventar finde Da Okay Das heißt Die Wahrscheinlichkeit Dass ich den anderen Auf die Schnelle Hier auch irgendwo Entdecke Ist recht gering Aber ich weiß Zumindest so grob Nach was ich suche Ich bin überlegen Ob ich irgendwas Übersehen habe Irgendwie Das war es Das hat es geregelt Lass uns den Schamanen Töten Ja Lass es uns tun Hier hast du noch Einen Heiltrank Ja danke Bleib dicht hinter mir In den Ock Schamanen Gehen wir mal Noch die Quest Mit ihm fix machen Ich brauche doch noch hinlaufen Der Schamane ist ja schon tot Wartet der auf mich? Ja Da ist die Sau Jetzt erledigen wir ihn Da ist die Sau Und ist er jetzt tot? Ich meine Der steht hier da Und trinkt Ja gut okay Anscheinend Zeig mir deine Ist es das Ich werde jetzt noch mal Gleich zu der anderen Ahnenhöhle gehen Und da werden wir mal gucken Ob wir da irgendwie Was geregelt kriegen Also ich werde mal überlegen Ob ich da irgendwas Übersehen hätte Wo ich sage Das ist so offensichtlich Das hättest du sehen müssen Wir werden auch noch mal In die Höhle fix gucken Vielleicht habe ich es ja Tatsächlich übersehen Ich wollte doch den Einstein benutzen So Passt Passt Wunderschön Ruf für Nordmarschmiedekunst Ruf für Feuerklan Ja Ja So Ähm Ihr wisst Jetzt Beide Äh alle Beide Also ich und wir Wir wissen jetzt Dass ich einen Ziemlich behinderten Weg Zurück habe Ähm Ich könnte mir noch Angucken Was es hier so Rechts gibt Muss aber ganz ehrlich Sagen Mein Interesse Diese Ecke Hier zu erkunden Hält sich Ziemlich In Grenzen Ich weiß auch nicht Ob ich hier schon mal War Und ob es hier Überhaupt Irgendwas Besonderes Gibt Ja Wir machen uns auf den Rückweg Und gucken uns an Ob wir den letzten Ahnstein irgendwo finden Wunderschön Wie er einfach nicht mehr Laufen kann Und nachdem wir das haben Gehen wir dann zurück Ins letzte Camp Nach Norden Zu dem Feuerclan Und sagen dem Dass wir alle Ahnsteine haben Und wenn wir das dann haben Gehen wir zum Kloster Ist der Plan Gegenwärtig Mir wird von der Das ist lantern Ich glaube Dass wir uns Das ist Ein Das ist Ein Das ist Das ist So, jetzt muss ich gucken. Irgendwo hier, ist gerade, dass ich schon dran vorbeigerannt bin, gab es einen Weg nach oben. Es kann auch sein, dass ich jetzt schon dran vorbeigerannt bin, weil er aus dieser Richtung nicht ersichtlich ist. Und dem wollte ich gerne hochgehen. Ich bin bestimmt schon dran vorbeigerannt. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Jetzt hier hoch. Ja, hier ging es hoch. Jetzt lasst mich überlegen. Wir laufen da lang. Das klang kurzzeitig so, als wären hier nur noch Gegner. Deswegen habe ich so hoch geguckt. Aber, ach, das war wahrscheinlich das Vieh hier. So. Irgendwie hier rechts hoch. Ich finde, das gibt mir einen kleinen Augenblick. Ich muss selber erst mal wieder überlegen, wo das war. Und dann finden wir das. Und vielleicht entdecke ich ja auf dem Weg dahin noch das, was ich übersehen habe. Was ich jetzt als unwahrscheinlich erachte. Aber um es mit Kadala ihren Worten zu sagen, alles ist möglich. Da oben ist das Ahn-Ding. Ich meine, theoretisch gesehen, müsste man hier unten einmal gucken, ob überall noch Orcs sind. Aber Orcs sein könnten. Aber sind wir ganz ehrlich. Wenn. Dann hätte ich die ja eigentlich schon längst sehen müssen. Die waren nie so weit weg. Von der Ahnenhöhle. Wie es sich hier kennzeichnet. Aber es müssen ja auch nicht unbedingt Orcs sein. Es kann ja auch irgendwas anderes sein. Ich meine, niemand sagt, dass es genau so sein muss, wie in allen anderen Camps. Also da rechts ist die Ahnenhöhle. Da hoch. Nein, hier. Hier runter. Da lang. Da ist die Ahnenhöhle. Wo wir den Stein suchen. So, die Folge ist vorbei. Denn wir gehen mal in die nächste Folge. Und dann gucken wir mal... Boah, ist das Telefon laut. Dann gucken wir mal, ob wir das noch irgendwie geregelt kriegen, dass ich das Ganze finde. Und wenn nicht, dann ist es einfach so. Dann haben wir es halt nicht. Ich bedanke mich jetzt erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen nach oben noch nicht. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich für den Scheiß. Und dann kommen wir zum Schluss. Tschö mit. 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 Tschö mit.